hallo leute heute mal ein ganz kurzes video in dem ich euch etwas zeigen wollte worauf mich jemand vor einigen tagen aufmerksam gemacht hat was mir einfach bisher noch nicht aufgefallen war vielen von euch wahrscheinlich auch deshalb wird es euch mit sicherheit auch helfen daher ein tipp von mir ihr kennt ja alle dieses display in eurem dacia sandero oder auch im jogger oder anderen dacia ich weiß nicht in welchen modellen das noch verbaut ist wenn es dunkel ist und man unterwegs ist ist dieses display sehr hell also es blendet einfach je nachdem in welchem menü man gerade ist ist es einfach sehr hell was man dagegen machen kann ist hier im home menü oben den mond drücken das display schaltet sich auf komplett schwarz ist zwar nicht ganz aus aber immerhin blendet ist nicht so wie vorher ja ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen viel spaß beim ausprobieren ziemlich einfach umzusetzen also dann bis zum nächsten mal macht's gut ciao